Abraham geglaubt, indem er weggegangen ist, also Füße bewegt und so. Glaube beinhaltet immer Akte. Wie hat Abraham geglaubt? Na nicht indem er ein Glaubensbekenntnis unterschrieben hat, sondern indem er weggegangen ist, also Füße bewegt und so. Glaube beinhaltet immer Akte. Also er geht hier darauf ein, dass Abraham dem Ruf Gottes gefolgt ist, dass er in das Land Kana angegangen ist, weggegangen ist aus dem Haus seines Vaters, aus seinem Vaterland. Und er sagt nochmals. Also erst hat er gesagt, Glaube beinhaltet Werke und er bekräftigt das nochmal, Glaube beinhaltet immer Akte. Und er behauptet, dass Abraham geglaubt hat, dadurch, dass er weggegangen ist, dass er Werke getan hat. Das war sein Glaube, Glaube plus Werke. Der Typ ist ein verdammter Irrlehrer, ein Teufel, der Menschen mit sich in die Hölle reißt. Es ist ein falsches Evangelium, es ist Werksgerechtigkeit, wir werden allein aus Gnade durch den Glauben gerettet. Es ist Gottes Geschenk, die Bibel sagt, nicht auswerken, damit niemand sich rühme. Ganz einfach. Johannes Hartl verdreht das Evangelium genauso wie alle anderen katholischen Irrlehrer. Er sagt weiterhin, Glaube ohne Werke ist tot. Und das ist natürlich der Vers, den den Irrlehrer gerne aus dem Kontext reißen und gerne verdrehen, um ihre verdammte Irrlehrer zu lehren. Glaube ohne Werke ist tot, Glaube ohne Werke ist tot, Glaube ohne Werke ist tot. Das ist, was sie immer wieder wiederholen als Mantra, ohne es wirklich im Kontext auszulegen. Und sie verdrehen einfach Gottes Wort, sie verdrehen die Bibel, um ihr falsches Evangelium zu lernen. Glaube ohne Werke ist tot. Und er sagt, ich glaube das jetzt, aber unabhängig von dem, was ich tue, ist eine eigenartige Form vom hellenistischen Denken, die der Bibel fremd ist. Okay, ich glaube das jetzt, aber unabhängig von dem, was ich tue, ist eine eigenartige Form vom hellenistischen Denken, die der Bibel fremd ist. Er sagt im Grunde genommen, zu glauben, einfach an Gott zu glauben, dem Herrn Jesus Christus zu vertrauen, unabhängig von dem, was ich tue, ist eine eigenartige Form vom hellenistischen Denken, die der Bibel fremd ist. Also wenn du einfach nur glaubst und nicht dein Handeln änderst, nicht die Werke hast, dann ist das aus seiner Sicht eine eigenartige Form vom hellenistischen Denken, die der Bibel fremd ist. Und all diese Irrlehrer, die neigen natürlich dazu, besonders tolle, schlaue Worte zu verwenden. Also das ist eine Form vom hellenistischen Denken. Und die Zuhörer denken sich dann natürlich, ach nee, diese Form vom hellenistischen Denken, ich weiß zwar gar nicht, was das ist, aber das will ich nicht glauben. Das scheint falsch zu sein, wenn das so ein hellenistisches Denken ist. Also mit diesen schlauen Worten, die er gar nicht erklärt, was das überhaupt ist, hellenistisches Denken, verführt er einfach seine Zuhörer. Und Leute denken sich, naja, dann muss es falsch sein, wenn der gelehrte Dr. Johannes Hartl das sagt. Aber weißt du was, wenn das hellenistisches Denken ist, dann habe ich halt hellenistisches Denken. Weißt du was, dann ist hellenistisches Denken biblisches Denken. Der Witz an der Sache ist, er sagt, also zu glauben, unabhängig von dem, was ich tue, das sei eine eigenartige Form von hellenistischen Denken, die der Bibel fremd sei. Warte mal, da gab es diesen Vers. Ich glaube, das ist Römer Kapitel 4, Vers 5. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Römer Kapitel 4, Vers 5, hast du das schon mal gelesen? Also das ist der Bibel fremd. Glaube ohne Werke ist der Bibel komplett fremd. Die Bibel sagt, wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet. Also wem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet? Demjenigen, der keine Werke verrichtet, sondern einfach glaubt an denjenigen, der den Gottlosen rechtfertigt, einfach an Gott glaubt, auf den Herrn Jesus Christus vertraut, um in den Himmel zu kommen. Ohne irgendwelche Werke zu tun, ohne gar nichts. Das ist jemand, der sein Leben hier auf der Erde verschwendet, der keine guten Werke tut, der Jesus nicht nachfolgt, aber er glaubt an Jesus, er vertraut ihm. Was sagt die Bibel? Er ist gerettet.